Das ist Billis Arbeitsplatz im Büro, wo seine Bücher und Schriften entstehen. Hier arbeitet er täglich bis in die frühen Morgenstunden, und zwar während sieben Tagen die Woche. Das, nebst diversen anderen Arbeiten, die er tagsüber und am Abend noch anderweitig zu verrichten hat. Bis zum 4. März 2001 arbeitete er während 28 Jahren mit einer elektrischen Schreibmaschine der Marker Adler. Und ab dem 5. März 2001 erledigt er seine Schreibarbeit mit dem Computer. Seine Schreibgeschwindigkeit richtet sich nach der Art der Arbeit, wobei Billy für Briefe und dergleichen mit drei Fingern in langsamer Weise schreibt, wie gerade jetzt. Und ab dem 5. März 2001 erledigt er seine Schreibmaschine der Marker Adler. Und ab dem 5. März 2001 erledigt er seine Schreibmaschine. Bei der telepathischen Abrufung und Niederschreibung der Kontaktberichte usw. benutzt er jedoch das Fünffingersystem. Wobei seine Schreibgeschwindigkeit sehr erhöht ist. Wenn Billy jetzt zur Demonstration einen neutralen telepathischen Bericht abruft, dann geht das mit folgender Schreibgeschwindigkeit, die jener noch um einiges untersetzt ist, die er zu Wege bringt, wenn er telepathisch Kontaktberichte abruft und niederschreibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017